don spector neue reviews tag für tag don spector es gibt keine gute technik nicht mag don spector hey ich bin der donut und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer ersten folge des don spector endlich habe ich es mal geschafft umzusetzen und meine reviews nicht nur schriftlich sondern auch meine videoform abzufassen und ja in dem kanal soll es vor allen dingen darum gehen dass ich mich mit technik und im speziellen meistens aber nicht immer kopfhörern fasse und anfangen möchte ich mit meinem günstigsten im jade audio ea sind game 3 ja und günstig ist das stichwort das ding schlägt mit 50 dollar zur buche oder 43 euro inklusive versand und was soll ich sagen für den preis ist das ding schon richtig geil ende des reviews nein natürlich nicht katsch es gibt natürlich viel mehr zu sagen als nur das ding ist richtig geil es ist zwar richtig geil aber es hat auch kleinere schwächen wie fast alles aber ja was genau kann das ding eigentlich jo das ist ein in ihr oder im in ihr monitor kurz und ja ist von jade audio war es eine untermarke von fios wenn ich das richtig verstanden habe und pio selbst ist auch ein kopfhörer hersteller oder auch ein deck arm hersteller der ek10 sagt vielleicht einigen leute was oder es ist e10 genau die machen ganz gutes zeug und preislich schweigen die zwischen kammern machen also so um die 100 euro und aber auch ein paar iems für ziemlich viel mehr und das hier ist quasi die china marke von 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 fio und ja noch nie von den gehört wurde mir empfohlen habe ich gekauft weil ist günstig wurde mich entäuscht ist ziemlich gut was genau was genau kann der ea3 jo ich würde mal sagen man könnte das vielleicht so als drei buckel sehen und zwar hat er erst mal einen richtig guten bust dann kommt erst mal ein bisschen nichts dann kommen die mitten die fantastisch für buckel sind was auch der hauptgrund ist warum ich die gekauft habe und dann kommen die höhen die für mich zu viel sind da ist einfach zu viel allem die ganzen die s und f laute das ist schon zu krass aber es ist halt es ist theoretisch eine v-shape mit zusätzlichen anhebung der vocals das kann man definitiv machen für ich würde fast sagen 90 prozent der songs die man so hören kann aber für die letzten zehn prozent nicht so geil aber es ist auch grundsätzlich nicht so schlimm weil es sind 43 euro wenn ich jetzt noch vielleicht nur klassik höre kaufe ich mir einen herrn der nur für klassik gut ist aber ansonsten ja es ist das einzige genre wo ich sagen würde vielleicht nicht so geil mit den jade audio ich selbst bin so eher im new metal oder synthwave unterwegs und bis auf ein paar tracks wo tatsächlich ziemlich viel mit s und f drin kommt wo die tatsächlich betont werden zum beispiel vom songs from the underground end one linken park das ist schon das ist viel zu viel wenn da chester mit seinen s anfängt da will ich liebsten gerät aus dem braun nehmen aber sonst ist halt auch nur eins der beispiele wenn es nicht ganz so krass ist in allen anderen meist nicht anderen meisten linken park songs ist es überhaupt kein problem da kommt man mit denen voll gut durch aber direkt darunter dedicated fantastischer song und mit diesen topfhörern auch fantastisch macht spaß und das gerade bei solchen älteren aufnahmen wo die aufnahmequalität auch meistens so mittelmäßig ist wenn man das mal vorliegen wenn ich ein paar liebe ist auch wirklich kein problem in den dingern jedes detail auszumachen für 43 euro ist das einfach das ist ein detail overkill das ist ein buzz overkill das ist ein höhen overkill das ding ist grundsätzlich overkill vielleicht könnte man am ehesten so formulieren wenn ich das mit essen vergleichen würde wäre das hier ein richtig geiler doppel bacon burger mit chili soße ein paar mangos drauf salat und ein paar weiß nicht tomaten vielleicht auch genau das ist geschmacklich richtig geil das haut einen um aber da fehlen die nuancen der bacon selbst ist eine nuance zum fleisch und zum rest aber wenn ich alles miteinander kombiniere und auch das chili jetzt überhaupt verschwinden einfach ein paar sachen und das heißt nicht dass die nicht da sind aber die verschwinden einfach im gesamten ensemble ziemlich schnell und das passiert auch mit diesem kopfhörer in einigen songs also wenn man darauf achtet hört man es noch aber es ist nicht so ist es einfach zu viel es ist ich kann es nicht genau beschreiben es einfach zu viel das heißt aber nicht dass es nicht geil ist wenn ich von after dark messenger höre empire of steel oder downfall das macht einfach das noch was wenn man dazu hat ist ich kann es lässt sich nicht besser beschreiben für mich außer es macht was es ist aber zu vielen allen da ist zu viel höhen da ist zu viel bass zu viel was für mich natürlich wenn man was geil findet ist das super und die mitten sind hier genau richtig aber wenn die aufnahme nur ein bisschen anders wäre wenn die mitten auch zu krass und das ist jetzt vielleicht ist es kritik auf sehr hohen niveaunen man kann mit dem ding quasi alles hören also ich würde echt sagen viele streichinstrumente sind eher so leider aber gut es ist halt auch 43 euro oder und ja genau ich sollte vielleicht ein bisschen mehr ins detail gehen und zwar ist das teil von der bildqualität oder fragen was bildqualität denn ja die bildqualität ist in ordnung das ist ein 43 euro das merkt man die shell was ausmachen kann ist plastik die nase und das kabel hier am ohr bisschen verstärkt aber ansonsten ziemlich dünn und das geht auch bis weiter unten so das kabel ist dünn das ist auch mein größtes kritikpunkt an dem bild für 30 euro es gibt kopfhörer die besseres kabel und ganz schlimm dieser wunderbare aluminium anschluss der ist rutschig wenn ich den in einem neuen smartphone drin habe oder in meinem ampere kriege ich den nicht richtig raus warum weil der rutschig ist der ist auch klein man kann ich nicht richtig anfassen und dann kommt noch dieses kabel dazu und der sind 43 euro okay dann ist es in ordnung dass das kabel nicht ganz geil ist aber ich hätte lieber einfach ein bisschen mehr in dem fall so ein bisschen bisschen mehr ist weniger weniger ist mehr gar nichts von beiden mehr ist mehr in dem fall ich habe angst dass es kaputt geht es ist nicht es wird wahrscheinlich in der realität mit praktischen nutzung erst nach jahren kaputt gehen vielleicht ein vielleicht zwei wer weiß es schon aber es wird kaputt gehen und ich habe andere kopfhörer da die die tin t4 zum beispiel okay da kam mit einem kaputten kabel ja das ist vielleicht schlechtes beispiel aber das kabel was ich als ersatz gekriegt habe das von den t3 ist so gut und der t3 ist nicht so viel teurer da hätte ich gerne hier ein bisschen mehr es muss nicht fancy aussehen dieses die diese silber coating das ist das kann alles weg kann alles rausgeschmissen werden konzentriert euch darauf dass das ding stabil ist okay genug geräntet ja was kann ich noch sagen genau die tipps die mitkommen die box reingucken sind in ordnung da ist gut auswahl dabei da sind die müssen ich glaube man das ausmachen kann die sind in der mitte rot und dann ein bisschen braun grau die sind in die kann man nehmen allerdings die reinbraunen raus hier so aus die sind crap die sind richtiger crap also nicht von der bild quality die ist für 43 euro voll angemessen ich würde sagen sogar besser als 43 euro aber die sind einfach zu schmal mit denen hört sich der ton viel zu gepresst an das ist scheiße für die s&fs die werden noch weiter hervorgehoben das ist scheiße für die soundstage denn das ding hat soundstage das ist nicht überragend das ist für einen IEM es ist im oberen bereich definitiv aber es ist nicht ganz überragend aber es ist schon wieder 43 euro das ding ist gut und für den preis kann man nicht mehr verlangen als dass es soundstage hat und die hat das ding für IEMs natürlich und die tipps wenn man die richtigen nutzt das die integrierten dann kann man damit auch musik hören allerdings sind die höhen dann immer noch ordentlich wenn man dann aber das hat was ich habe hier ein paar compli schaumstoff tipps oder vielleicht auch von den tinn t3 t2 die schaumstoff tipps die reduzieren die höhen noch ein bisschen so dass das ergebnis insgesamt noch ein bisschen smoother wird und mir gefällt es mir gefällt es am besten mit mit den foam tipps aber ich kann auch leute sehen die definitiv eher zu denen den komischen mit rot und grau greifen wollen aber die ganz graue es ist ja auch weglassen können die will keiner so ich kann mir niemanden vorstellen der so musik hören will das ist einfach viel zu gepresst das hört sich wirklich an wie jetzt würde man presslufthörmann nehmen und mit jedem takt machen das ist kacke und ja klar es ist super intensiv vielleicht aber es ist schon zu viel und ich habe die audio quest nighthawk mit den mit den velourpads meine lieblings kopfhörer die sind auch super intensiv aber die sind nicht gepresst da ist das alles in einem raum verteilt das ist geil oh ja es ist ein over ihr ja der vergleich ist kacke aber das ist intensiv und nicht gut intensiv ok ok genug aufgeregt kommen wir zu was richtig positiv und zwar die tinty 4 sind einfach nur runde fässer quasi steckt man sich ins ohr es hält aber mehr auch nicht die hier sind ich würde mal sagen der ohrform nachempfunden und was auch richtig knorke ist wo habe ich das gezeigt kriege dass der noch so hier der ist abgewinkelt der geht nicht gerade rein der geht quasi schräg ins ohr und hat sich deswegen richtig gut rein das ding ist komfortabel wenn man große on hat wahrscheinlich hat man auch kein problem über längere zeiträume ich aber habe nach einer stunde trage trage zeit manchmal müssen wir ein bisschen weniger kommt auf an zu welcher tag jetzt zeit oder wie ich gerade in form bin wie ich den bau habe eine bis eine stunde drücken die maur und ich muss raus nehmen andere kopfhörer haben dasselbe problem bei mir ja um ehrlich zu sein habe ich bisher nur IEMs von schuhe gehabt wo ich das problem nicht hatte die haben aber auch eine sehr schmale nase das ist eigentlich nicht zu vergleichen allerdings möchte ich die schuhe auch nicht dafür rausholen die schuhe sind einfach so na gut meine schuhe sind auch sechs jahre alt kann ich vielleicht müsste ich mal ein paar neue schuhe kaufen vielleicht klingen die einfach besser meine sind vielleicht einfach abgenudelt naja nochmal zurück zur soundstage in dem jade audio EA zu game 3 ist ein balanced armor schau drin und ein dynamic und der dynamic weiß nicht ob man das sehen kann auf drückseite ich hoffe einfach mal dass man es sieht der ist 13 mm groß das ist für einen IEM riesig und das hört man der bass der der bass fickt und der kann richtig ficken aber ist nicht jedermanns sache klar ich persönlich habe es lieber ein bisschen fokussierter ein bisschen mehr details in den unteren mitten denn das passiert hier natürlich wie in allen wo der bass richtig fickt die unteren mitten die gehen ein bisschen verloren hat man nicht wirklich viele details aber es ist halt für 43 euro ist das scheißegal wenn der bass geil ist und er ist geil und dann noch vocals dazu kommen die auch richtig gut rauskommen aus dem aus unteren mitten dann macht das einfach spaß damit kann man lange musik hören wenn sie einem lange im ohr halten damit hat man spaß damit kommt man vielleicht auch durch den gesamten tag durch fast alle genres die man hören will und am ende hat man einfach nur das ist eine gute zeit das ist nicht analytisch damit würde ich definitiv kein monitoring betreiben absolut nicht aber wenn man einfach nur musik hören will ist das ding fantastisch und ja da ist wie gesagt nicht für jedes genre und ich habe auch ehrlich gesagt ein paar songs wo ich nicht so klar komme da gibt es jetzt ja mal interferenzen da hat ich weiß nicht genau wie es beschreiben kann vielleicht überlagert sich die die der der unteren bereich des balanced amateurs mit dem oberen bereich des dynamic und dann kommt es zu weirden interferenzen so dass da passieren dann einfach sachen die gibt es in dem song nicht jetzt muss ich erst mal zu viel bibliothek ich kann auf mein smartphone und nicht gucken weil ich das mit dem smartphone aufnehme da habe ich es notiert ich müsste es noch euch mit editiert einfach ich glaube in die beschreibung rein es gibt ein paar songs wo es weird ist ich würde sagen interferenzen oder paar dinge gibt die gibt es in dem song einfach nicht die habe ich mit noch keinem kopfhörer gehabt mit keinem er mit keinem ober hier mit noch nicht mehr mit meinem box und das sind einfach da passieren sachen die nicht sein sollten und es ist wirklich sehr 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 selten ich ehrlich gesagt nur ein oder zwei songs damit gab wo das problem aufgetreten ist und ich trage die seit einem monat vielleicht und das fast täglich eigentlich täglich und hier immer nur ein immer ein paar stunden also eine stunde oder dann noch eine kurze pause und dann wenn meine ohren sich wieder wenn meine ohrkanäle sich wieder daran gewöhnt haben dass das ein bisschen drückt wieder neu reingepacht und weiter gehört dann geht das schon und ja es gibt diese guten sachen sind aber sehr selten und wer das ist zwei pin stecker vielleicht wichtig für den ein oder anderen mir ist egal ich habe noch kein problem sowohl mit zwei pin als auch mit den mmcx konnektoren gehabt ich habe doch ich habe davon gehört dass leute die die zwei pins verbiegen oder dass der mmcx kaputt geht ich weiß nicht seit wann nutze ich kopfhörer ist mir doch nie passiert ich habe schon ein paar mal kabel getauscht und diese mmcx konnektoren wenn die neu sind wie an intenti vor die sind so cancer zu wechseln und trotzdem ist es nicht kaputt gegangen es hält einfach weiß nicht ich schweife wieder ja genau die interferenzen wenn man die hat ist wirklich sehr selten aus von meiner bisherigen erfahrung würde ich sagen vielleicht einer aus 200 songs vielleicht noch weniger und es passiert auch nur in sehr speziellen fällen also ich kann konz nicht genau reproduzieren weil ich nicht genau weiß wo es überhaupt herkommt aber ich notiere einfach meine song danach wo die wo das auftritt genau was wäre noch wichtig zu wissen über den ja genau ist quasi in china i am den kriegt man hier zur lente nicht und ich habe bisher auch ehrlich gesagt nur bei aliexpress gesehen wie reseller keine ahnung wurde mir empfohlen habe ich da direkt gekauft und ja dauert ein bisschen aktuell wird man wahrscheinlich noch länger warten müssen also ich würde es wahrscheinlich heute nicht empfehlen den zu bestellen das wird ewig lang dauern bis der jan kommt und ja da gibt es viele alternativen den tint t2 den kriegt man auch so in europa oder deutschland kann man machen der ist natürlich ganz anders abgestimmt ich weiß nicht kann man vergleichen vom preis in definitiv aber das ist schon ein das ist einfach ein anderer schnack von kopfhörer würde ich sagen das ist eher so das ist der hörer den 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 kauft man wenn man ein fovie übrig hat und sich sagt jo ich will spaß musik haben und die tint t2 die kauft man dann wenn man sagt ihr habt wo wie übrig und ich will spaß mit musik haben aber ein bisschen ein bisschen ich möchte neutral ja schon erst neutralisch würde ich sagen der ist nicht neutral der ist nicht neutral aber ja es kommt auch wo man hier ansteckt muss ich auch sagen ich stelle mir diesen mit meinen schuhe habe ich noch mal ausprobiert da stelle ich gesagt kein großes unterschied zwischen meinem ampere und einem smartphone fest allerdings könnte es auch vielleicht an den an den tipps liegen die sind nämlich auch schon einige jahre alte und nicht mehr die frischesten vielleicht müsste das noch mal testen ja genau und was auch noch interessant ist bei denen dass das plastik hier drüben oder hier oben am stecker das zeigt einem wo L&R ist was richtig knorke ist denn das L&R was hier drauf gedruckt ist das ist kaum zu erkennen wenn ich das im alltag mir irgendwo in der straße ins ohr stecke sehe ich das nicht da muss das licht genau richtig stehen es muss hell genug sein sonst hat man keine chance wenn das mit den L&R nicht publisch codiert wäre woher weiß ich wie rum der ins ohr gesteckt wird ich wüsste es nicht auch nach einer woche macht man einfach jetzt auch rein und fertig ja es ist interessant bildqualität wie gesagt ist in ordnung für ein 43 euro angemessen für wenn das jetzt 100 euro wäre weiß nicht das hätte ich gesagt dass das kabel einfach nicht gut genug aber für 43 euro ist das wirklich mehr als man erwarten kann was ich aber erwarten würde dass man weniger von diesen tipps die sind okay die kann man weglassen wenn gar keine von denen am besten und zwei foam tipps mindestens die foam tipps wirken wunder die foam tipps isolieren besser die foam tipps reduzieren die höhen und die foam tipps sind bequemer im ohr warum also keine foam tipps foam tipps gehören überall dazu in meiner meinung genau vielleicht noch kurz ein wort zur isolierung die sind nicht groß aber relativ groß im ohr das heißt die isolieren grundsätzlich schon mal in ordnung und wenn man dann noch die foam tipps benutzt isolieren die gut aber für IEMs geht es noch besser es ist ich würde sagen in der oberen drittel der oberen hälfte also wenn man sich so vorstellt dass hier unten IEMs sind die nicht offen sind aber die einen schlechten sitz im ohr haben oder einfach grundsätzlich keine gute isolierung bieten weil die vielleicht mehrere ventilationslöcher haben hier unten sind die nicht gut isolierenden dann kommt die mitte da sind ich weiß nicht genau was würde ich in der ohr nennen also ich finde die schuhe isolieren schon zu gut meinen die t4 finde ich auch in einer richtung und dann die sind etwa da und oben drüber die passen bei mir auch perfekt ins ohr und isolieren einfach noch besser liegt aber wahrscheinlich auch da höchstens am sitz im ohr weil die sitzen zwar gut aber das ventilationsloch hier in der mitte ist ja das ist in ordnung da geht wahrscheinlich ein bisschen ton rein und ist auf der innenseite also es wird nicht großen einfluss haben aber ich habe schon bessere isolierende IEMs im ohr gehabt die gehen aber voll in ordnung und dafür ich würde sagen straßenbahn das reicht für zug auch wenn der kindergarten aber im selben abzeit ist dann wird es schwer da muss man den ton oder den den sound ordentlich hochdrehen und ja ab und hochdrehen die werden ziemlich laut ich müsste jetzt die 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 effizienz nachgucken halte ich für nicht so zielführend ja werden laut ich höre meistens so auf einem drittel lautstärke weniger aber ich bin auch ich höre ich höre meinen ich höre den sound ich höre die musik am liebsten relativ leise nicht nicht leise leise aber so dass ich wenn ein auto eine vollbremsung machen würde ich das auto noch hören kann das ist allerdings auch nur wenn ich draußen bin wenn ich im büro bin wird es meistens ein bisschen lauter aber auch hier ich gehöre nicht zu den leuten die ihre musik arsch laut hören ist einfach nicht mein stil genau ja außerdem vielleicht noch wichtig für einen anderen vielleicht kann man könnte man zum sport nutzen denn auf den ist ein grill drauf ist natürlich nicht wasserfest per se aber besser als wenn gar nichts drauf ist wie zum beispiel bei den schuhe da geht einfach alles rein nicht so cool genau und die sind auch relativ leicht dafür dass sie so relativ klobig sind ich meine gutes plastik ist relativ leicht und vielleicht auch noch interessant das ist ein fingerabdruckmagnet der glanz ist nervig könnten sie auch weglassen eigentlich könnten sie das ding einfach nur schwarz matt machen es ist mir egal wie es aussieht solange Fingerabdrücke drauf sind sieht man einfach okay das sieht man eh nicht wenn es mal was kann man so sehen aber es ist ein bisschen ich würde sagen es wird schnell dreckig kann man so sagen ja genau was ist noch wichtig genau vielleicht mal kurz ein paar worte zu den zu meinen bankmark songs die ich nehme ich bin mit der liste nämlich noch nicht fertig aber definitiv drin ist tears in rain und bei tears in rain gibt es in der Mitte ich weiß nicht genau bei unter einer Minute oder so gibt es den das erste wo der Bass einsetzt das ist einfach richtig gut mit dem gerade auch weil der balanced amateur in der lage ist die 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 regen geräusche relativ gut zu reproduzieren das ist nicht super also ich glaube mit einem 120 euro und 30 euro er haben da kriegt das noch ein bisschen besser hin aber es ist für die die preislage wieder einfach richtig gut gemacht und solche details die 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 lassen mein herz aufgehen ich liebe diese details da ist gerade der regen in blade runner wenn es kopfhörern gibt der den regen richtig reproduzieren kann ist er bei mir durchgefallen und das trifft zum beispiel auf die die b&w px px7 die noise canceling kopfhörer die fallen bei mir gerade deswegen durch da ist der regen quasi weg da gibt es da wüsste ich nicht dass in dem track regen ist würde ich den nicht mitkriegen das ist im besten fall ein rauschen und ja ich habe keinen equalizer angelegt ja aber da ist der regen trotzdem weg und hier ist der regen da und das ist 43 euro das ist super genau außerdem genau auf meiner liste ist auf meiner benchmark liste ist dedicated von songs from the underground 2008 ist super habe ich ehrlich gesagt hauptsächlich auf der liste weil die sprachaufnahmequalität in dedicated nur in ordnung geht dies ehrlich gesagt eher im unteren bereich und die bleibt grundsätzlich immer auch vom pegel unter den instrumenten und wenn der kopfhörer es schafft den pegel der die 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 vocals von mike in dem fall mit den instrumenten etwa auf denselben detail grad zu hielfüllen ist es schon ein erfolg für mich und deswegen auch ist es auf der liste weil man das so gut ausprobieren kann genau ebenfalls auf der liste ist we are become der aus dem transistor aus soundtrack ein trauen vocals von von weiß gar nicht wie die damen hieß die das gesang gesungen hat gesangen hat aber ja we are become ist ein richtig guter soundtrack und ist auch durch den einsatz oder wie es gemacht ist dafür prädestiniert quasi dass man sich mal viel mehr vocals verändert und guckt ob das irgendwo zischt oder ob das übersteuert ist das richtige wort aber ob das überbetont ist und ich habe mir hier eine meine wunderbare liste gemacht die noch nicht tatsch ist und noch das sind fragezeichen mit drin wo haben wir denn hier bekommen habe ich das auch schon mit dir scheinbar nicht okay naja genau weight of the world wer die alternative dazu oder ist die alternative dazu kommt auf ähnliche sachen raus und wer es nicht kennt neo tomata soundtrack hört euch den new tomata soundtrack an der ist so gut den muss man gehört haben und wenn man ihn gehört hat will man ihn einfach nur nochmal hören nochmal und nochmal und dann nochmal und dann hat man ihn vielleicht nur dreimal gehört statt fünfmal aber so gut äh genau äh eigentlich habe ich alles gesagt glaube ich ich sollte es nicht zu sehr in die länge ziehen ich hätte mir Notizen machen sollen ich hab ich hab Notizen gemacht auf meinem smartphone ich hab Notizen auf meinem smartphone ich meine dich und ich hab eigentlich echt gesagt ich möchte es nicht zu viel skripten ich finde es doof wenn es zu sehr gescriptet ist und ja äh pfff wenn mir noch was einfällt schiebe ich vielleicht was nach wahrscheinlich nicht ich bin faul werde ich es noch schieben wahrscheinlich wäre cool wenn ich es machen würde aber ich kenne nicht mhm so wie es aussieht kenne ich mich selbst wohl doch nicht ganz so gut denn ich muss doch noch was nachschieben und zwar den Lieferumfang was genau bekommt man denn wenn man 50 Euro oder 50 Dollar in ein paar Jade Audio E-Elson Game 3 steckt und zwar bekommt man dabei drei paar von den grauen Foamtipps die ich von denen ich abgeraten habe vorhin drei paar von den grau roten und eine kleine Transporttasche die Transporttasche selbst ist einfach nur aus Stoff gefertigt sie riecht echt unangenehm muss ich leider dazu sagen aber ansonsten sie hält zu der Reißverschluss man hört es hier geht einigermaßen gut drum herum und sie ist auch relativ klein sodass man sie gut transportieren kann ja das war es auch schon machen wir weiter mit der letzten halben Minute oder was auch immer übrig blieb und ja äh im nächsten Review vielleicht meine Maus meine Tastatur meine Grafikkarte mein Mikrofon ne Kopfhörer und zwar wahrscheinlich meine Tinty 4 mit dem Tinty Free Kabel was richtig gut ist das beide die Kabel nicht so aber bis dahin wieder schauen sei ein Diego obst eine die 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 das